Sir, what size is the last one? Six. Oh, Mini, Chad. Was ist six? 39? Whoa, 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 whoa. Muss ich offen und ehrlich gestehen, längerer Lachs. Für mich, in meinen Augen, sieht das nicht mehr cool aus. Please, reveal yourself. Hi. Oh, wow, you are stunning. Chad, dreht mir ins Gesicht mit der 39. Wenn du nach Hause kommst, es hat geregnet und deine Schuhe sind nass, dreht sie in meinem Gesicht trocken. Du bist nur 1,75? Perfekt. Ich liebe Frauen ab 1,75 und du hast eine 39? Wow. Oh, mein Gott, Chad. Nimm meine Schuhe, Schatz. Es regnet, wir haben nur einen Regenschirm. Ich halte ihr über den Kopf. Egal, welche Größe du mitbringst. Ich will nicht wissen, wie sie riecht. Oh, so pretty. Danke. Safe, nein, 5 von 10? Bro, benutzt den Spiegel. Wenn sie eine 5 von 10 ist, bist du eine 1. Ich knudze. Ich weiß nicht. Ich liebe dich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.